So Leute, willkommen zu einem neuen Video wieder von uns. Heute mit einer Challenge. Und zwar geht es in der Challenge darum, ich werde Ellen 5 bosnische Wörter sagen, die er erraten muss und er muss mir. Ich werde 5 türkische Wörter sagen, die sie erraten muss. Genau. Und das, jedes Wort innerhalb von einer Minute muss erraten werden. Aber, wenn mal ein Wort kommt, was wir nicht kennen, dann gibt es einen Joker, den wir benutzen können. Das heißt, wenn er zum Beispiel ein Wort nicht kennt, dann beschreibe ich dieses Wort, sodass er irgendwie drauf kommt, was es sein könnte. Der einzige Nachteil davon ist, wenn ihr einen Joker benutzt, dass man statt 2 Punkten 1 Punkt noch bekommt. Genau. Und, ja, das war's schon. So, das erste Wort ist Nosh. 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 Ja? Kommt mir so bekannt vor. Boah. Nosh. Ich darf keinen Tipps geben. Darfst du keinen Tipp geben? Du darfst mich, glaube ich, was fragen. Stuhl? Nein. Couch? Nein. Irgendwas, aber Möbel? Nein. Bier? Nein. Nosh, Nosh, Nosh. Ich würde dir einen Tipp geholfen, aber ich darf es. Gib mal einen Tipp. Gib mal, ich will meinen Joker direkt benutzen. Einen Joker? Äh, damit mache ich immer mein Fleisch klein. Messer? Ja. Bombe. Richtig. Ich habe aber nur einen Punkt bekommen, oder? Nebenbei, unser Kameramann hält die Zeit. Wie viele Sekunden haben wir das? 12. 42 Sekunden. 12 Sekunden. So, jetzt bin ich dran. Ah, jetzt kommt's. So. Das letzte Eck aus der Türkei in den Watch. Ich weiß nicht, ob es ein Bosnischen gibt, oder? Egal, sag. Schimstje. Schimstje. Ich weiß, was das Wort ist, weil ich das schon mal auf Arabisch gehört habe, wenn es das gleiche ist. Es ist Regenschirm. Ja. Ich wusste, weil ich schon mal im Arabischen gehört habe, dass das Regenschirm ist. Ah, Krise. Das ist drei Punkte. So. Nächstes Wort. Nächstes Wort ist Paradise. Tomate. Richtig. Aber ich weiß, warum ich es weiß. Aber ich sage es auch echt oft, glaube ich. Genau, ich weiß, weil ich mich schon mal lustig drüber gemacht habe, warum es Paradise heißt. Ja, genau. So. Wasso. Wasso. Oh, das ist schwierig. Wasse? Ja. Scheiße, das klingt nicht gut. War das wirklich was? Wallah, wasse. Oh, my God. Ich dachte, ich habe immer so gesagt, dass es genau gleich klingt. Ich bin nicht so kreativ, was Wörter angeht, so auf Schnelle. Nee. Komm. Ähm, nächstes Wort ist Jabuka. 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 Komm mir so bekannt vor. Jabuka. Ich habe schon öfters mal erwähnt. Jabuka. Oh mein Gott. Ich weiß es. Jabuka. Frag mich doch was. Jabuka. Ähm. Jabuka. Erdbeer. Nein. Himbeer. Nein. Jabuka. Wasst du das? Äh. Du bist nah dran. Nein. Du bist aber nah dran gewesen gewesen. Nein, nein. Kein Joker. Warte. Du bist nah dran gewesen. Dönde, Erdbeer, Himbeer, äh, Tomate. Nein. Fass etwas davon. Jokka, Jokka, schnell. Ich habe noch. Es ist etwas wie eine Birne. Was ist der Birne am ähnlichsten? Ist das dein Ernst? Was ist am ähnlichsten? Birne? Was ist nochmal so ähnlich wie Birne? Dein Ernst? Was? Das kann man auch wissen. Das ist davon nicht komisch. Was? Apfel. Apfel. Ist das jetzt? Was ist dein Ernst? Was ist denn ähnlich? Ich hatte Apfel in meinem Kopf, aber ich dachte mir, es kann doch nicht so klingen. Ja. Ja, ich habe nicht so klingen. Apfel. Apfel. Warte, ich wusste es aber. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe gesagt, das ist so ähnlich wie in der Birne, dass du jetzt nicht gecheckt hast, was ich meine. Das kann ich jetzt nicht glauben. Scheiße. Ich dachte, du wirst sofort, wenn ich sage, es ist ähnlich wie Birne, wirst du was das heißt. Sogar dein Bruder wusste es gar nicht gut. Wusstest du es? Ja, er hat sogar mit seinen Lippen Apfel gesagt. Wallah, ich wusste nicht. Wallah. Ich wusste... Okay, lass es. Komm, ich will kein Auge setzen, weil am Ende passiert mir das auch. Tamam. Ispanak. Ispanak? Ispanak. 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 Ist was süßes? Nein. Nein. Ist es etwas vom Bettzeug? Nein. Es ist Bettzeug. Ja, so... Nein, nein. Ist es etwas Möbel? Nein. Ist es etwas Möbel? Ispanak. Ich darf ja nicht sagen. Komm. Gib mir einen Joker. Es ist was zum Essen. Oder sagen wir mal, es ist Gemüse. Ispanaks Gemüse. Ispanak. Ispanak. Du hast es 100% schon mal gehört, wo wir in Tukai waren. Es ist kein Weiß. Du isst es gerne. Zweiter Dienstag. Du isst es gerne. Ich bin Ispanak-Fan. Es ist Gemüse? Ja. Lauch? Nein. Ich weiß nicht wie es gerade war. Vier Sekunden. Wann habe ich Lauch gegessen? Weiß ich nicht. Eheheh. Ist es eheh... Fünf, vier, zwei, 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 eins, fünf... Ich weiß es nicht. Was heißt Spinat auf Bosnisch? Jetzt komm Ichspanak Du kannst Seljanica sagen, aber du kannst auch Spinat Also wir sagen Spinat Pita Seljanice Ja Pita mit Spinat und sowas Nächstes Wort ist Dugme Dugme Ist es so beleg? Nein, es ist nicht zu essen Wir haben darüber mal im Auto diskutiert was Dugme ist Dugme Ist es so ein Möbelteil? Nein Wala, ich dachte Dugme Dugme Ist es Kleidung? Ja T-Shirt Hemd Ich darf dir keinen Tipp geben Hose Socke Unterwäsche Mütze Mütze Es ist kein genaues Kleidungsstück Brille Es ist kein genaues Kleidungsstück Ich darf keinen Tipp geben Schrank Gibt es noch am Schrank 10 Sekunden Äh Was soll dein Schrank alles? Eine Schublade Nein, was anderes Fach Nein, womit machst du eine Schublade auf? Äh, griff Hawaii Griff? Knopf? Was ist Knopf? Dugme Oh mein Gott Dugme Warum beißt du diese Sonne nicht? Ey, bin ich behindert? Ernsthaft? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin lost einfach Ja Ich bin aber nicht mehr Aber ich war auch bei dieser Sonne Auch lost Also No Frontier Nicht so Jumartese Jumartese Hat es was mit Jumart zu tun? Nein Hat es was mit Ein Gemüse zu tun? Nein Nichts zum Essen Nichts zum Angriff Zum Argument Jumartese Ist das ein Wochen... Nein, das ist kein Wochentag Ich kenne die Wochentage Ist das ein... Ist das ein Wochenmarkt? Nein Zum Einkaufen? Ist das irgendwas was man im Einkaufscenter bekommt? Aber es ist mit Wochen und Dings warm Ist das ein Freitag? Nein Ist das... Ist das eine Messe? Nein Ist das... Ein Fest? Nein Wochentag Also für manche... Ist das ein Monat? Nein Aber warm Es ist ein Jahres... Nein Es ist... Es ist... Es ist... Eine... Jahreszeit Du hast kein Joker Freitag? Deswegen habe ich gefragt Ist das ein Wochen Tag? Nein Weil Jumart... Ich wusste Freitag Aber ich... Ich wusste Samstag nicht Jumartes ist aber kein Feiertag, oder? So... Samstag ist ein Feiertag Das war noch ein Auerpunkt Gewicht Das war noch ein Auerpunkt Gewicht Hehehe Zauern Okay... Ich habe richtig Fail gemacht, aber okay So... Hm... Das haben wir hier... Was ist Sunze? Sunze? Löffel? Nein Gabel? Nein Bin ich warm? Nein Sunze? Kalt Warte mal... War das zu viel Tipp? Weil ich es anders ausgesprochen habe? Weil ich es anders ausgesprochen habe? Hehehe 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 Komm, ich wollte ihn jetzt nicht so schwören Hehehe Ey, ich hab was, aber das würde ich niemals eine Idee mehr erraten, aber... Komm, machen wir was Komm, jetzt nicht mit diesen 13-stelligen Fortbegriffen Nein, nein Kann ich mal was Ganz simpel, ja Das musst du Bam Nein, hör auf, weil ich es ganz schön nur mit Druck machst Kazak Kazak Ich hab keine Ahnung was ein Kazak ist Das ist Kleidung Ja Ist... Jacket Jacket? Hehehe Kazak Kazak... Jacke Das ist nicht Oberteil Ist... Pullover? Ist Hemd? Das hat auch das Pullover in Kazak Nicht... Ja Pullover! Stark Auch Löschen Okay Ihr seht wie ähnlich die Wörter eigentlich sind Ja... Nächstes Wort ist... Maczka Maczka Pinbeer? Nein Erdbeer? Nein Warum hab ich immer so Früchte wie wenn so tschak tschak irgendwas drin ist? Maczka 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 Ohhhh Es gibt ein anderes Wort dafür Essen? Oh ich darf keinen Tipp geben Sorry Nein Es hat nichts... Maczka 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 Man kann ja Maczka sagen Das sind zwei Wörter wie man sagen kann Noch einmal? Komm Gib mir noch einmal Macht Spaß Macht Spaß Ich schwöre das macht Spaß Gözlük Gözlük Auge, Augenlid Auge, Augenlid Wüppah Göz heißt Auge Gözlük heißt Mach kein Auge Mach kein Auge Augenbrauen Hat es was mit Auge zu tun? Ja Wirklich? Gözlük Augenfarbe Blaue Augen Braune Augen Blaue Augen Grüne Augen Weißt du was die Farben sind? Gözlük Gözlük Augenschein Nein Pupille Nein Ist es etwas im Auge oder ist es ein Fachwort Irgendwas mit Papa Hat was mit Auge zu tun Ich würde sagen mit Papa Mach kein Auge Brille Ja Brille Oh mein Gott Brille Oh mein Gott Teppich Nein Sofa Nein Aber nah Du hast gezögert Kissen Nein Ich darf keinen Tepp geben Nein Sag mal nochmal Sag mal nochmal Proser Proser Staud sogar Das war die Proser 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 Das war die Proser Tür Das ist ähnlich Tür, Schrank Nein Spiegel Spiegel Tür Tür Garage Nein Das ist auch hier Ich darf keine Tür Schrank Nein Satvori Proser Tisch Nein Teppich Laminat Satvori Proser Laminat Nein Sag Töpich 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 Satvori Satvori Proser Ich guck nur nach da oben Die ganze Schieder so rum Sie hat es mir sogar schon mal gesagt So Leute Das war's mit dem Video Das Spiel ist genau Hier steht unser Punktstand Einmal hier und einmal Hier Auf diesem ekelhaften Viertel Aber Ja Ich habe Warte Warte Für Also Hier Man muss ja erstmal den Gewinner Ich hoffe es hat euch waren Ja Ich habe 8 Punkten gewonnen Und Erl hatte 6 Punkte Aber Ich bin ehrlich Wir sind fast Gleichstand Und Er hat sich gut geschlagen Hast du es auch daneben eigentlich fast Ich habe mich auch so einigermaßen geschlagen Ja Ich habe so behinderte Fehler gemacht Was ich wusste aber Auch so Druck mit Zeit Ja Auf Druck Wenn das Video euch gefallen hat Ich will auch noch eine Runde Wer besser Bosnische und Türkische Wörter erraten kann Genau Falls euch das gefallen hat Dann Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da Ein Like da Genau Abonniert den Kanal Genau Und aktiviert die Glocke Damit ihr kein Video mehr verpasst Genau Und Und Viele liebe Grüße an meine Heimat Sungulö Die gucken nochmal Und Ja Ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal